Mein Name ist Markus. Ich arbeite für das deutsche Außenministerium. Ich war Botschafter in Afghanistan. Ich habe Barack Obama die Hand geschüttelt, Arnold Schwarzenegger kennengelernt und mit den Taliban verhandelt. Hallo Markus. Don Oger fragt sich, was macht ein Diplomat? Ein Diplomat vertritt Deutschland im Ausland. Ein Diplomat formuliert deutsche Außenpolitik im Inland. Ein Diplomat verhandelt und macht Networking. Also zum Beispiel als Kulturreferent in Singapur habe ich Ausstellungen organisiert, Konzerte organisiert. In Iran habe ich mit deutschen Firmen zusammengearbeitet und ihnen geholfen, Geschäfte zu machen, legale Geschäfte zu machen. In Afghanistan habe ich mit der Regierung verhandelt und jetzt verhandle ich zum Beispiel auch mit den Taliban. Bananas in Pyjamas interessiert. In welchen Ländern hast du schon gearbeitet? Zuerst in Singapur, anschließend gleich in Iran und dann war ich Botschafter in Afghanistan. Dazu kommen jede Menge Dienstreisen an den Golf, Nahmittelosten, Asien, Indien, Sri Lanka und so weiter. The Lord fragt sich, ist dein Beruf gefährlich? Manchmal schon. Wenn man in Krisengebieten eingesetzt ist, zum Beispiel in Afghanistan, da hatte ich Bodyguards. Zehn Bodyguards um mich rum. Bin nur an gepanzerten Fahrzeugen rumgefahren. Mir ist Gott sei Dank nichts passiert, aber bei dieser Sicherheitslage, bei zum Beispiel Bombenanschlägen mitten auf der Straße, ist das Risiko schon entsprechend hoch. Vex Bob fragt sich, gab es mal einen Angriff auf eure Botschaft? Ja, das war im Mai 2017, als eine Bombe detonierte. 150 Menschen starben. Er hat einen Selbstmordattentäter, einen ganzen Truck voller Sprengstoff umgesetzt, wie es in meiner Sprache der Amt Militärs heißt. Das heißt, er hat die gezündet und dann sind acht Tonnen Sprengstoff in die Luft geflogen. Es gab einen riesen Krater und im Umkreis von einem Kilometer war praktisch kein Gebäude mehr stehen geblieben. Von der Botschaft hat es zwei Sicherheitskräfte, Afghanen, erwischt, aber keine deutschen Mitarbeiter der Botschaft sind ums Leben gekommen. Einige waren verletzt. Es hat aber auch zur Folge, dass wir unser Botschaftsgebäude und die Residenz des Botschafters abreißen mussten. Die waren so beschädigt, dass wir sie anschließend abreißen mussten. Unsere Kollegen arbeiten und wohnen jetzt in gehärteten Containern. Martin Adrian interessiert. Hast du manchmal Angst in deinem Job? Nee, Angst nicht. Wenn man zu viel Angst hat, dann kann man den Job auch nicht vernünftig ausüben. Hannibal möchte wissen, kommt deine Familie immer mit zu deinem Einsatzort? Teils, teils. In Singapur, da waren Kinder ganz, ganz klein und in Teheran, da waren sie mit dabei. In Kabul war ich allein. Das ist ein Posten, wo man nicht mit Familie leben kann. Also jeweils nicht als deutscher Diplomat. Balkans Jager fragt sich, kennst du Staatsgeheimnisse? Ja, ich bin berechtigt, geheime Akten zu lesen. Arbeitest du manchmal mit dem Geheimdienst zusammen? Oh, ganz oft. Ja, vor allen Dingen mit unserem Auslandsgeheimdienst, dem BND. Wir reden über interne Strukturen der Taliban, wir reden über Anschlagsplanung zum Beispiel, auch auf unsere Botschaft in Kabul. Paula möchte von dir wissen, darfst du deiner Frau alles von deiner Arbeit erzählen? In Fall meiner Frau ja, meine Frau ist nämlich auch beim Auswärtigen Amt. Es gibt sogenannte Verschlusssachen in Abstufung und da kann man Sachen zu Hause auch nicht weitertragen. Wir haben auch Kollegen, die mit ausländischen Ehepartnern verheiratet sind, die aus Ländern kommen wie Russland, China und da wird es noch schwieriger. Die haben noch weniger Zugang zu Informationen. Jens Oh möchte von dir wissen, glaubst du andere Geheimdienste haben Informationen über dich gesammelt? Oh, da bin ich relativ sicher. Es gibt ja Länder, wo die Geheimdienste doch sehr präsent sind. Wir hatten da so Beispiele, wo man ganz klar mitkriegte, das knackte im Telefon, wenn wir mit zu Hause telefoniert haben. Und da bin ich mir ganz sicher, dass sich der Geheimdienst da eingeschaltet hat. Jan Domo fragt sich, kennst du Angela Merkel persönlich? Ich habe sie ein paar Mal getroffen. Einmal zum Beispiel waren wir zusammen mit mehreren Ministern beim Viertelfinale der Fußball-WM 2006 in Berlin. Und da haben wir den Sieg Deutschlands gegen Argentinien im Elfmeterschießen miterlebt und lagen uns in den Armen. Sie ist cool. Sie hat einen ganz trockenen Humor und hat eine positive Ausstrahlung. Wie ich besser kenne, das ist Frank-Walter Steinmeier, unser jetziger Präsident, als er das erste Mal Außenminister war. Von 2005 bis 2009 war ich sein persönlicher Referent und habe ganz, ganz eng mit ihm zusammengearbeitet. Wir haben täglich miteinander zu tun gehabt und ich habe ihn auf Reisen begleitet und seinen Tagesplan, sein Tagesprogramm praktisch zusammengestellt. Gibt es so etwas wie eine deutsche Air Force One? Ja, es gibt die Flugbereitschaft der Bundeswehr. Mit denen bin ich ganz, ganz oft mitgeflogen, weil wenn ich zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier begleitet habe. Kann man an Bord schlafen? Für den Minister selber oder die Kanzlerin gibt es nochmal eine extra Kabine, wo sie sich langlegen können. Und dann gibt es natürlich auch Regierungsmaschinen, die mit so Ablenkraketen ausgerüstet sind. Das heißt, man kann dann in Krisengebiete fliegen und kann damit eben feindliche Raketen ablenken. Das ist ziemlich spannend. Simon Sick fragt sich, welches Erlebnis wirst du nie vergessen? Also im positiven Sinne, als wir zwei Journalisten aus dem Iran geholt haben, die waren dort inhaftiert für vier Monate. Und zusammen mit damals Außenminister Westerwelle sind wir nach Teheran geflogen. Haben die, als sie entlassen wurden, entgegen genommen. Also wir haben da ganz, ganz lange verhandelt, damit die entlassen wurden. Und sind dann nachts noch mit der Bundeswehrflugbereitschaft zurückgeflogen nach Tegel und kamen morgens um fünf an. Und dann rannte die zehnjährige Tochter des einen Journalisten ihm in die Arme. Und das sind so Momente, da dachte ich, ich habe den richtigen Beruf ergriffen. Was habt ihr denen für die Freilassung angeboten? Nichts, wir haben eher Druck ausgeübt. Sauron möchte wissen, wohnt ein Botschafter in einer Villa? Das kann eine Villa sein mit großem Garten, das können aber auch Etagenwohnungen sein. Meine Frau zum Beispiel ist Botschafterin in Dublin, die hat eine schöne Residenz mit einem großen Garten. Maria61 möchte wissen, wer ist die interessanteste Person, die du jemals getroffen hast? Wahrscheinlich Hamid Karzai, der ehemalige Präsident von Afghanistan. Eine sehr charismatische Persönlichkeit. Er hat immer so diesen afghanischen Mantel an und diese Karakulmütze auf dem Kopf. Aber er ist sehr belesen, kommt aus Kandahar, vom Stamme der Popa al-Sai. Und er hat sehr viel Lebenserfahrung und ist sehr weise, das muss man schon sagen. Und das färbt ab, ja. Das ist sehr, sehr beeindruckend, wenn man mit ihm spricht. Seid ihr Freunde? Das würde ich nicht sagen. Also Freunde im politischen Business zu finden, ist nicht ganz einfach. Und Freunde suche ich mir dann lieber in meinem persönlichen Umfeld aus. Snoopy möchte wissen, wie viel verdient man als Diplomat? So ungefähr 7.000 Euro netto. Mr. Karl Carney fragt sich, hat man schon mal versucht, dich zu bestechen? Gerade arabische Staaten sind sehr großzügig in den Geschenken. Und als Beamter Deutschlands muss man diese Geschenke zurückweisen. Oder man nimmt sie an und erklärt es und gibt sie ab. Wir haben so ein Fundus bei uns im Auswärtigen Amt, da sind lustige Geschenke dabei. Also von Krawatten über Parfüm, Gold, Statuen und Ölproben. Was ist das Wertvollste, was du jemals geschenkt bekommen hast? Das ist ein teurer Füller gewesen. Doch, den habe ich aber dann auch deklariert und abgegeben. Sami fragt sich, über was hast du mit den Taliban verhandelt? Gut, da kann ich natürlich aus Geheimschutzgründen nicht ins Detail gehen. Aber ich bin nach Doha geflogen, wo die Taliban ihr Außenministerium haben. Da wohnen die und werden auch von der katharischen Regierung bezahlt. Und da kommen wir zusammen in einem Haus, das uns das Außenministerium zur Verfügung stellt. Und sitzen uns hin, trinken Tee und palabern. Ja, und ich spreche eine der Landessprachen, also Dari, ich kann mit denen auch in deren Sprache sprechen. Und da ging es vor allen Dingen um die Teilnahme an der Dialogkonferenz. Und ich habe die Taliban überzeugt, dass es doch gut wäre, im Interesse des afghanischen Volkes, dass sie daran teilnehmen. Auch wenn Vertreter der offiziellen afghanischen Regierung aus Kabul dabei sind, die sie eigentlich ablehnen. Wie sind die Taliban so drauf? Das sind Stammesführer, die haben Stammestracht an. Meistens doch lange Werte. Sie sind belesen, sie kennen den Koran natürlich sehr gut und haben Verhandlungsgeschick. Wissen genau, wie sie ihr Interesse vertreten können. Man darf natürlich nie vergessen, sie führen dort Krieg und töten Menschen. Und das hat man immer im Hinterkopf, wenn man mit ihnen redet. Sind dort Leute dabei, die persönlich getötet haben? Ich weiß nur, dass einige von denen, mit denen ich auch gesprochen habe, jahrelang im Lagern Guantanamo saßen. Und das wirkt natürlich nach. Dass die jetzt nicht besonders gut auf die Amerikaner zu sprechen sind, ist auch klar. Aber auch mit Amerikanern sprechen die. PowerSuffGirl fragt sich, was war deine größte Niederlage? Da war ich noch Krisenbeauftragter im Auswärtigen Amt. Da gelang es uns nicht, eine deutsche Geisel zu retten. Die wurde entführt worden vom Islamischen Staat in den Philippinen. Und der deutsche ältere Mann ist dann letztendlich getötet worden. Uns ist es nicht gelungen, ihn zu retten. Das war schon bitter. Machst du dir Vorwürfe, dass du irgendwas hättest besser machen können? Ja, klar. Also wenn jemand getötet wird und du denkst selber, du hättest das verhindern können. Ich weiß jetzt nicht konkret, wie ich es hätte verhindern können. Aber ich mache mir schon Vorwürfe, ich habe nicht genug getan, um diesen Mann zu retten. Wollten die Geld haben? Ja, und hatten auch politische Forderungen. Wie viel Geld wollten die für eine deutsche Geisel haben? Das werde ich jetzt sicherlich nicht erzählen. Weil wir wollen den deutschen Menschen, die in der Welt unterwegs sind, kein Preisschild auf die Schulden kleben. Der kalte Klaus möchte wissen, müssen sich Diplomaten wirklich nicht an die Gesetze halten? Also ich musste mich an die Gesetze Irans halten. Meine Frau musste zum Beispiel ein Kopftuch tragen, als wir in Iran waren. Es ist nur so, dass man als Diplomat Immunität genießt und strafrechtlich nicht belangt wird. Das heißt, ich gehe nicht ins Gefängnis. Entweder werde ich ausgewiesen oder mein Deutschland ruft mich freiwillig zurück. Aber ich muss mich an die Gesetze halten, das ist schon so. Hast du deine Immunität schon mal in Anspruch genommen? Nein, eigentlich nicht, nein. Ich habe mich auch immer an die Gesetze gehalten. Max420 fragt sich, wie viele Strafzettel hast du schon bekommen? Da muss ich mich korrigieren. Ich habe nicht immer an die Gesetze gehalten. In Singapur habe ich tatsächlich meine Strafzettel bekommen. Ich habe den aber auch bezahlt. Aaron Zettels fragt sich, hast du mal was in deinem Diplomaten-Gepäck geschmuggelt? Ja, eine Schweinesalami nach Afghanistan. MangoFaust030 fragt sich, was war das Skurrilste, das dir je passiert ist? Die Begegnung mit Arnold Schwarzenegger, damals Gouverneur von Kalifornien. Wir waren unterwegs mit Außenminister Steinmeier damals von Spitzbergen, wo wir Eisbären gesehen haben, nach Kalifornien. Und Schwarzenegger hat uns empfangen und hat in einem Mix aus Englisch, also Österreichischem Englisch und Deutschem Amerikanisch mit uns gesprochen. Und hat uns zum Schluss noch jedem eine Zigarre geschenkt mit seinem Namenszug drauf. Das war schon sehr skurril. Mo interessiert, wer ist die mächtigste Person, die du je getroffen hast? Ja, wenn man davon ausgeht, dass die mächtigste Person der Welt ja der amerikanische Präsident ist, dann ist es wohl Barack Obama. Er war Kandidat und hat den Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier im Auswärtigen Amt getroffen. Und kam mit jugendlichem Elan und federt im Schritt die Treppen hochgesprungen. Das war beeindruckend. Beethoven möchte wissen, was denkst du über Donald Trump? Ich mach das jetzt mal so wie der Premierminister Kanadas und schweige 20 Sekunden. Darfst du oft nicht sagen, was du denkst? Als Diplomat muss man seine Worte sehr genau abwägen. Man muss nicht immer sagen, alles was man denkt. Man muss auch ein paar Gedanken für sich behalten können. Das heißt aber nicht, dass ich lüge. Das ist, glaube ich, ein falsches Vorurteil, was vielen Diplomaten anhängt. Also Diplomaten lügen nicht zwangsläufig. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal und klickt hier. Und wenn ihr wissen wollt, wie Hauptkommissar Jürgen Schubert Mörder jagt, dann klickt hier.